Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal BitcoinTrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Bitcoin-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Bevor wir mit dem heutigen Video beginnen, möchte ich einmal kurz darauf hinweisen, dass wir bei Femex wieder einen Einzahlungsbonus haben. Ihr könnt einen Einzahlungsbonus in Höhe von 5000$ erhalten. Dieser Bonus geht für alle Neukunden auf Femex und natürlich auch für alle Kunden, die bereits bei Femex registriert sind. Den Link zur Teilnahme zu diesem Event könnt ihr in der Videobeschreibung und als angepinnten Kommentar unter dem Video finden. Wir befinden uns auf dem aktuellen BitcoinUS-Dollar-4-Stunden-Chart. Wie ihr sehen könnt, hat hier unsere Supportzone bei 18.700$ gehalten. Von hier aus konnten wir eine starke Gegenbewegung von über 10% starten auf aktuell knapp 21.000$. Und jetzt fragen sich natürlich einige Marktteilnehmer, wie kam es hier zu dieser extrem starken Gegenbewegung. Und dafür müssen wir hier einmal auf die traditionellen Märkte blicken. Denn, wie ihr sehen könnt, der S&P 500 hat es geschafft, hier das Wichtige 3900-Punkte-Level zu halten, was wir in den letzten Videos besprochen haben. Denn wie ihr wisst, liegt ja hier auch noch das 0,68er-Fibonatry-Trace-Level, was er auch in Kombination mit der horizontalen Support-Linie als Support jetzt vorerst mal gehalten hat. Und wir haben ja in den letzten Videos auch besprochen, erst wenn hier die 3900-Punkte brechen sollten, wir runter korrigieren in Richtung der 3600-Punkte, würden wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass Bitcoin neue Tiefs erreicht. Solange hier das 3900-Level hält, solange rechnen wir eben nicht damit, dass Bitcoin nochmal auf tiefere Tiefs fällt. Zudem wisst ihr ja auch, das können wir uns hier nochmal anschauen mit dem Bitcoin-US-Solar-Shart jetzt hier in Orange einmal einblenden, haben wir in den letzten Monaten beobachten können, dass wir mit der S&P 500 und der Bitcoin hier einen sehr ähnlichen Kursverlauf hatten und wir jetzt eben auch beobachten können, genau in dem Moment, wo der S&P 500 hier seinen Boden erreicht hat und dann auch diese starke Gegenbewegung gestartet hat, hat der Bitcoin einfach mitgezogen. Er hat dann auch seinen Boden hier gefunden bei 18.700 Dollar und jetzt auch diese Aufwärtsbewegung parallel zu dem S&P 500 hingelegt. Das heißt also, die traditionellen Märkte haben hier dann nochmal den Bitcoin mit nach oben gepumpt, wie wir es eben auch in den letzten Monaten beobachten konnten, sowohl in die bullische als auch in die bärische Richtung. Zudem konnten wir auch beobachten, dass der DXY, also der US-Solar-Währungsindex jetzt hier erstmal nochmal auf dem Monatschart an unserer wiesischen Resistance-Linie Resistance gezeigt hat. Das ist ein positives Zeichen, denn wie ihr wisst, wenn der DXY korrigiert, ist das allgemein eine positive Nachricht für die Risk-On-Assets. Erst wenn der DXY hier ausbrechen sollte und in das 120-Level ausbrechen sollte, würden wir dann bei Bitcoin auch noch mit tieferen Tiefs rechnen. Solange wir hier noch unter dieser Resistance-Linie bleiben, solange rechnen wir ja auch damit, dass Bitcoin nicht mehr auf tiefere Level wie die 17.500 Dollar fällt. Wie kam es hier unter anderem noch zu der aktuellen US-Dollar-Währungsindex-Schwäche? Das hat einmal mit der Entscheidung der EZB von gestern zu tun, denn sie haben ja jetzt hier eine aggressive Leitzinserhöhung vorgenommen von 75 Basispunkte. Das wiederum hat dazu geführt, dass der Euro hier von diesem aktuellen Bodenbereich auch nochmal stark gegenüber dem Dollar ausbrechen könnte. Und wie ihr wisst, in dem DXY ist hier als Gegengewicht der Euro mit 57,6% eben gewichtet. Das heißt also, wenn der Euro hier Stärke zeigt, wie wir sie aktuell beobachten können, bietet das eben hier ein starkes Gegengewicht gegenüber dem Dollar, was dann hier zu der aktuellen kleinen Schwäche bei dem US- oder Währungsindex geführt hat. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier mal auf den Wochenschart wechseln, seht ihr auch, wir haben hier noch eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs. Das heißt also, jetzt hier bei dem DXY schon von einem Top zu sprechen, ist trotz der bärischen Divergenz, die wir hier auf dem RSI sind, immer noch zu früh. Das bedeutet also, im Endeffekt beobachten wir zwei spezifische Szenarien. Entweder wird auf dem 20. und auf den 21. September in dem nächsten FAT-Meeting die FAT-Delight-Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen. Das wäre das bullische Szenario. Dann rechnen wir damit, dass der DXY hier weiter Schwäche zeigt und korrigiert, was dann dazu führt, dass eben die Risk-On-Assets und generell auch die traditionellen Märkte, also der S&P 500 und auch der Bitcoin die Chance hat, von den aktuellen Levels nochmal eine Erholungs-Rallye zu starten. Oder eben wir sehen, dass der Leitzins um 75 Basispunkte erhöht wird. Das wäre das bärische Szenario. Dann rechnen wir damit, dass der DXY hier erstmal noch seine Rallye fortsetzen kann auf ein neues lokales Top. Und das wiederum wäre für alle Risk-On-Assets und für die traditionellen Märkte eine bärische Nachricht. Dann rechnen wir damit, dass wir hier nur eine kleine Erholungs-Rallye sehen und letztendlich dann das Potenzial haben, hier bei dem S&P 500 und auch bei dem Bitcoin nochmal weiter in Richtung der Tiefs auf mindestens 17.500 Dollar zu korrigieren. Deswegen ist es jetzt extrem wichtig, zuerst auf den 13. September zu achten. Hier erhalten wir nämlich die CPI-Daten und sollten eben die CPI-Daten nochmal niedriger als im Vormonat ausfallen, wäre das ein erstes Teilchen dafür, dass die USA schon das Peak der Inflation erreicht hat. Und das wiederum könnte dazu führen, dass dann die Fed nur noch eine milde Leitzinserhöhung von 50 Basispunkte anstelle von 75 Basispunkte vornimmt, was dann eben hier die Wahrscheinlichkeit für unser bullieses Szenario erhöhen würde. Deswegen nach wie vor die zwei wichtigen Szenarien, 13. September CPI-Daten und dann 20. und 21. September das Fed-Meeting, wo wir dann letztendlich hören, wie stark die Leitzinsen angehoben werden. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zur Bitcoin-Chart-Analyse. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-Resteller-Tageschart und hier könnt ihr auch nochmal sehen, wir konnten jetzt hier die Tiefs aus Juli bei 18.700 Dollar auch auf dem Tagesschart als Support halten, haben jetzt hier diese Aufwärtsbewegung gestartet, aber seit dem übergeordneten Bild hat das hier jetzt den Chart noch nicht wirklich verändert. Wir sehen nach wie vor hier immer noch eine Abfolge von tieferen Hochs und somit bleibt auch hier mein weiteres Vorgehen unverändert. Ich habe jetzt keine Long-Position in diesen Pump hinein eröffnet. Ich persönlich werde jetzt hier noch auf der Seitenlinie bleiben und auch bei meinem ursprünglichen Plan bleiben. Das heißt also, ich möchte wirklich sehen, dass wir es schaffen, hier das letzte tiefere Hoch zu übertreffen. Das heißt also hier einen Pump sehen auf ungefähr 22.700 Dollar, dann werde ich eine Long-Position in Richtung der 25.000 Dollar eröffnen. Denn man muss auch sagen, dieser Pump jetzt hier ist zwar ganz nett nach solchen starken Korrekturen, aber ihr seht im übergeordneten Bild hier, der Mittelfrist auf dem Tagesschart ist das Bild immer noch unverändert. Wir sind nach wie vor hier seit April immer noch unter der Neo-Cloud. Wir haben seit April hier immer noch das bestätigte Short-Signal und ihr seht, diese Rallye letztendlich ist auch nur eine technische Gegenbewegung. Wir sind übergeordnet immer noch in einem Abwärtstrend, bis wir es wirklich schaffen, hier über die 25.000 Dollar auszupreschen. Dann klicken wir abschließend auf den Bitcoin-Seller-Wochen-Chart und wie ihr hier beobachten könnt, sind wir nach wie vor immer noch unter der 200-Wochen-Durchschnittslinie und das ist für alle langfristigen Hotler eine sehr positive Nachricht. Denn wie wir auch in dem letzten Video von vor sechs Tagen besprochen haben, immer wenn wir unter der 200-Wochen-Durchschnittslinie geschlossen haben, war das eben eine historische Kaufchance. Das können wir uns hier nochmal kurz anschauen. Ihr seht, der Chart geht hier zurück bis 2015. Ihr seht, immer wenn wir an oder unter der 200-Wochen-Durchschnittslinie gekauft haben, war das hier wirklich immer in der Nähe des Bodens und somit dann über die nächsten Jahre immer eine sehr gute Kaufgelegenheit, da wir hier wirklich sehr hohe Gewinne gesehen haben. Ihr seht zum Beispiel, wer hier 2015 gekauft hat, bis zum nächsten Peak, hätte über 8.000% gemacht und wer jeweils hier ungefähr in der 3.000-Dollar-Zone Ende 2018 oder auch hier Anfang 2020 eingestiegen ist, hat bis zum nächsten Top auch nochmal mindestens 1.000% gemacht und wie ihr sehen könnt, wir sind eben jetzt hier immer noch an der 200-Wochen-Durchschnittslinie. Das heißt also, für alle langfristigen Hotler gibt es meiner Meinung nach hier in der 20.000-Dollar-Zone und vor allem unter den 20.000-Dollar immer noch sehr gute langfristige Einstiegsmöglichkeiten bis nach dem nächsten Halbing, wo wir dann hier nochmal den nächsten Bulbern auf ein neues Eisert hoch erwarten. Und genau solch ein Vorhaben scheinen auch hier die europäischen Vermögensverwalter vorzuhaben, denn wie ihr hier sehen könnt, 75% aller europäischen Vermögensverwalter planen, ihre Krypto-Investments zu erhöhen. Also ihr seht, in dem nächsten Bulbern, vor allem wenn Bitcoin reguliert ist, rechne ich persönlich damit, dass vor allem eben die Institutionen massiv nochmal in Bitcoin investieren werden, hier ihre Krypto-Investments auch stark erhöhen werden und somit eben dann den nächsten Bulbern in Gang setzen werden. Deswegen, wer im Bärenmarkt die Chance nutzt und hier eben durch Dollar-Cost-Averaging einkauft, wird im Bullenmarkt die größten Profite machen. Deswegen ist es einfach wichtig, im Bärenmarkt sich so zu sehen schon durch die CL auf den nächsten Bulbern vorzubereiten. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.